Lumix aufgepasst. Also nicht Lumix selbst, vielleicht die auch, aber alle, die mit Lumix fotografieren. Denn Lutz oder Lutz, ich spreche es immer falsch aus, aber irgendwie Lutz klingt für mich irgendwie deutsch besser. Ja, ich weiß, das heißt Lutz. Look up tables. Dazu haben wir schon super viel gemacht. Und diese Lutz, die sind ja für uns auch so ein bisschen die heutige Fotografie. Wir haben eine eigene Strecke schon seit Monaten online bei YouTube, wo das erklärt wird, warum. Zusammengefasst geht es nicht darum, dass man eine Modeproduktion für eine Firma ersetzt durch JPEG Out of Cam Fotografie, sondern es geht darum, dass wir, ich glaube, letztens war ich auf der Photo Adventure und habe eine Frage gestellt ins Publikum, habe gefragt, wer hat denn kein Backlog zu Hause an bearbeiteten oder nicht bearbeiteten Bildern. Und das hat keiner gefühlt gestreckt. Weil alle hunderte, wenn nicht gar tausende Bilder noch zu Hause auf dem Rechner hatten, die noch bearbeitet werden müssen. Und das bedeutet ja, Bilder, die nicht fertig sind, auf der Vestpläu liegen und noch bearbeitet werden müssen, die werden ja nicht gezeigt, die sind ja nicht draußen. Und wenn man jetzt zum Beispiel einen Urlaub hat, eine Reise, dann was bringen die Fotos denn? Klar, die haben immer noch eine Berechtigung für sich selbst vielleicht oder auch für die Familie in zig Jahrzehnten. Aber was bringen denn die Fotos denn, wenn man sie nicht rausbekommt? Und diese LUT-Fotografie ist für mich sozusagen nochmal diese Fuji-Filmsimulation in individualisierter und gesteigeter Form. Nochmals, wir haben eine eigene fünfteilige Strecke dazu gemacht, wo alles haargenau erklärt wird. Und da kann man einfach so individuelle Looks erzeugen, weil es eben nicht nur Filmsimulationen oder Bildstile sind, wie man sie kennt, sondern jede Farbe kann komplett neu in Helligkeit und Farbe definiert werden. Und das war relativ, ich fand es jetzt nicht zu aufwendig, aber es war schon ein bisschen knifflig, das Ganze auf dem Handy, auf dem Computer zu übertragen, dort alles einzustellen und dann eben erst auf die Kamera wieder mit Speicherkarte importieren. Jetzt hat Lumix die S9 rausgebracht und die hat sogar einen eigenen LUT-Knopf bekommen. Und dazu kam eine App raus, die Lumix Lab-App, Lab-App für LUTs. Und diese Lab-App für LUTs, die dient einerseits der Bildbearbeitung, aber andererseits eben auch der Verwaltung und der Erstellung von schnellen Looks auf dem Handy und der Übertragung zur Kamera. Das ganze System ist so ein bisschen naja geworden und das sage ich auch ganz, ganz, ganz als absolut direkte Kritik an Panasonic. Ich hätte es mir anders vorgestellt und ich finde es auch in einer Komplexität und in einer aufwendigen Art, dass es noch nicht ideal ist. Aber heute haben wir einen Termin, ein Datum. Und theoretisch könnte Lumix hingehen und morgen diese App komplett verändern. Und ich würde nur einmal auf Update klicken, aktualisieren und schon wäre die App komplett neu. Und deswegen muss man vorsichtig sein, dass die Sachen, die ich jetzt als Kritik anbringe, die werden wahrscheinlich gehört werden. Nicht von mir, sondern weil es andere, glaube ich, genauso geht. Und dann wird auch Lumix das ändern und anpassen. Und dann kann sein, dass dieses Video völlig ab Absurdum geführt wird, weil die Sachen, die ich jetzt bemängle, eben nicht mehr da sind. Das ist ja nicht wie eine Kamera, wo ein Sensor drin ist, jemand sagt, der rauscht wenig oder der ist voll geil. Und dann bleibt der für immer drin, sondern eine App kann sich komplett ändern. So, wie machen wir das Ganze jetzt? Also, Punkt Nummer 1, wir müssen die Kamera mit Bluetooth verbinden und in der App die Kamera koppeln. Habe ich jetzt schon gemacht, damit wir ein bisschen Zeit sparen, ist jetzt nicht so aufwendig, klappt auch relativ gut. Man geht auf den Zahlenschlüssel und sagt dann auf Bluetooth und sagt dann auf Koppeln und alles ist gut und neues Gerät hinzufügen und dann macht er das Ganze. Ich habe es jetzt gerade mit meinem Handy gekoppelt und jetzt ist folgender Punkt. Jetzt ist die Kamera verbunden mit dem Handy. Ich sehe jetzt hier, wie die Kamera verbunden ist, aktuell mit Bluetooth, aber nicht mit Wi-Fi. S9 mit irgendeiner komischen Nummer. Dann gibt es zwei Optionen, Highspeed-Transfer mit 5 Gigahertz Wi-Fi. Achtung, wenn ich das ausmache, dann nimmt er trotzdem Wi-Fi, halt 2,4. Und ich habe die automatische Übertragung, zu der können wir auch gleich noch was sagen. Und dann kommen die beiden Möglichkeiten. Ich kann Foto-Video übertragen oder LUT-Übertragung machen. Interessant ist, die Übertragung ist jeweils nur in eine Richtung. Das heißt, Foto-Video geht von da nach da, aber LUT-Übertragung geht von da nach da. Egal was ich drücke, in dem aktuellen Zustand kann ich gar nichts machen. Und das ist das Erste, was ich hier bemängele. Eine Bluetooth-Verbindung ist doch eine Bluetooth-Verbindung. Da kann man Musik schicken, da kann man Bilder schicken, da kann man alles Mögliche schicken. Nikon beweist es, andere Hersteller beweisen es. Warum passiert jetzt das, wenn ich zum Beispiel einfach nur ein Foto übertragen möchte oder ein LUT übertragen möchte? Ich drücke drauf und er sagt, ja, ja, alles cool, ich mache da mal eine Wi-Fi-Verbindung. Jetzt stellt die Kamera erstmal ein Wi-Fi her. Das dauert und ich werde gefragt vom Handy, möchte ich damit verbinden? Und ehrlich gesagt, ich drücke jetzt auf Abbrechen, das kann man nicht deaktivieren. Das muss man jedes Mal neu mit Ja beantworten. Das liegt nämlich nicht an der Lumix-App, sondern Wi-Fi ist ein Protokoll, was nicht einfach von einer App aktiviert werden darf. Also bei einem iPhone ganz bestimmt nicht, bei Android weiß ich es nicht. Aber bei einem iPhone kann man nicht einfach über eine App in irgendeinen Wi-Fi reingehen, ohne dass der Nutzer vom iOS gefragt wird, willst du das wirklich machen? Das heißt, es kommt eine Systemmeldung vom iOS, die ich erstmal Ja sagen muss. Und das jedes Mal, wenn ich irgendwie ein Bild übertragen möchte, werde ich vorher vom iOS gefragt, ob ich verbinden möchte. Das nervt mich tierisch. Also, Punkt, wir machen trotzdem Lutz. Das muss geändert werden. Also wir erstellen einen Lutz und dafür brauche ich erstmal ein Grundbild. Ich mache jetzt hier mal ein Grundbild in einem Standard-Bildstil. Zack. Und dann mache ich einen Bildstil mit lebhaft. Und dann mache ich einen Bildstil, um einfach nochmal verrückt zu sein mit dem Leica Monochrom. Warum? Ich habe jetzt drei Bilder gemacht. Die muss ich jetzt übertragen. Also jetzt muss ich draufdrücken und sagen, LUT übertragen, beziehungsweise Bild übertragen. Er fragt nach Wi-Fi, würde er gleich fragen. Ich sage, verbinde mir doch bitte mit dem Wi-Fi. Manchmal sagt er dann, nee, danke, ich habe schon ein besseres Wi-Fi gefunden. Das passiert gerade zu Hause, dass er lieber in unser Zuhause-Netzwerk möchte, als da rein. Aber scheinbar funktioniert das gerade. Das ist jetzt Echtzeit. Ich plapper weiter, ohne dass wir irgendwas cutten. Das ist die Übertragungszeit, die es braucht, um aufzubauen. So. Er hat es aufgebaut. SD-Karte steht oben. Er lädt. Das sind die letzten drei Bilder. Die kann ich jetzt anklicken und kann sagen, puff, runterladen. Wenn das Wi-Fi mal aufgebaut ist, Hut ab, Kompliment. Funktioniert alles blendend. Mich stört nicht die Funktionalität des Wi-Fis, sondern mich stört dieses ganze Übertragen an, hin und sonst was. So. Jetzt habe ich hier auf meinem Handy die drei Bilder. Ich gehe jetzt also in die Galerie. Ja. Und dort sind die letzten drei Bilder. Die kann ich jetzt bearbeiten. Ich gehe zum Beispiel hier rein, kann jetzt hier Lutz nehmen, die ich schon angelegt habe, wie zum Beispiel Filmlike oder Smoky oder sonst was. Also alle Lutz, die auf dem Gerät sich befinden, auf dem Handy. Ich sage schon Gerät. Ich werde auch gleich sagen, warum. Die kann ich hier anwenden und dann auch das Bild hier oben rechts draufklickend speichern. Ich kann natürlich aber auch hingehen und ich kann sagen, gib mir das Original. Und jetzt möchte ich zum Beispiel die Helligkeit, also Kontraste, Lichter und Tiefen. Und ich mache es jetzt echt fürchterlich. Ich mache es jetzt echt nicht schön. Also ich gehe heller und dann von mir aus mache ich geteilte Farben. Also ich mache irgendwelche Farbtöne rein. Nein, das sieht wirklich nicht schön aus. Achtung, geile Sache. Jeder Look, jeder Bildstil, jeder Lutz, den ich habe, kann jetzt mit Filmkorn und Vignetierung gefüttert werden. Und das finde ich relativ cool, weil ich habe das immer vermisst, dass Filmkorn bei einer Fuji ging. Oder geht es immer. Filmkorn geht über alle Filmsolutionen drüber. Bei Lumix ging ja nur in den Schwarz-Weiß-Stilen inkludiert. Also ich kann hier ganz viele Sachen einstellen. Ich kann hier einzelne Farben, also HSL, sagen. Ich kann zum Beispiel diese grünenden, diese störenden Grüntöne kann ich verändern. Oder diese komischen Sonstwas. Zyrentöne. Also alles, was mich normalerweise so ein bisschen stört, kann ich ändern. Und kann die einzeln färben. So, wenn ich das jetzt habe und ich sage, boah, so sieht es aber cool aus, so möchte ich fotografieren. Jetzt nicht auf das Ergebnis achten. Dann erstelle ich mir einen LUT. Und den nenne ich einfach mal jetzt 1, 2, 3. So. Man sieht jetzt hier, dass der Grundbildstil, also der lebhafte Grundstil, den ich hier in der JPEG-Aufnahme schon drin hatte, dass der hier mitgespeichert wird. Ich weiß nicht, wie wir es gemacht haben, aber es ist clever. Er wird einfach implementiert und in der LUT-Bibliothek mit abgespeichert. Jetzt habe ich den LUT hier drauf. Jetzt muss ich ihn nach da bekommen. Also, ich gehe aus dieser Bearbeitungsfunktion raus, gehe auf die Kamera und sage LUT-Übertragung. Und ich kann jetzt direkt LUTs übertragen, weil ich immer noch verbunden bin und zwar mit Wi-Fi. Allerdings, während ich mit Wi-Fi verbunden bin, kann ich, wie man hier sieht, Fernbedienung aktiv. Also ich kann kein Foto aufnehmen. In dem Moment, wo ich jetzt dazwischen irgendwas fotografiert hätte, ich drücke jetzt mal hier auf Ende, beende die Fernbedienung. Also, ich drücke hier und dann enden und dann kommt jetzt hier gleich wieder das Motiv. Ja, eine Sekunde. So, da ist es da. Ich kann jetzt hier Fotos machen, aber was ich jetzt hier in der App nicht mehr machen kann, ist, ich kann nichts mehr übertragen. Also, in dem Moment, wo ich LUT-Übertragung mache, will er wieder Wi-Fi aufbauen. Und wieder fragt er mich. Ich sage ja. Ich warte. Ich warte weiterhin. Ich warte immer noch. In der Zeit kann ich nicht fotografieren. Egal, was passiert mit meinem Sohn, mit sonst was. Ich kann nichts machen. Aber gut. So, jetzt wissen wir auch gleich, warum ich der Gerät gesagt habe, weil hier oben steht die LUT-Bibliothek und darunter ist so einmal Kamera und einmal Gerät. Interessant, warum nennen sie nicht Handy oder Mobile Device oder sowas, aber Gerät. Der Gerät, ne? Der Gerät wird nie müde. Der Gerät schläft nie ein. Der Gerät ist immer vor dem Chef im Geschäft. Aber auf der Gerät ist drauf, 1, 2, 3 mit Vivid. Und den kann ich anklicken und einfach sagen, übertragen auf die Kamera. Dann fragt er mich, auf welchen Modus willst du es denn übertragen? Ich gehe zum Beispiel mal auf den hier und sage, das will ich überschrieben haben. Jetzt überträgt er das Ganze auf die Kamera und jetzt ist es gut. Also, aber um jetzt wieder zu bedienen, muss ich hier wieder die Wi-Fi-Sache ausmachen. Und irgendwann, wenn das Ganze dann Wi-Fi unterbrochen wurde, kann ich wieder anfangen zu fotografieren. So, die S9 hat einen eigenen Knopf bekommen, den LUT-Knopf. Und der LUT-Knopf, der funktioniert, dass ich jetzt hier einfach durch die LUTs durchwechseln kann. Wirklich schön gemacht, so will man es eigentlich haben. Man guckt, jetzt wollte ich gerade schon fast sagen, durch den Sucher, aber auf das Display. Und man geht einfach wirklich vor Ort durch und sucht sich den LUT raus, den man eben haben möchte. Und die LUTs können ja echt sehr unterschiedlich aussehen. Und wie ich schon gesagt habe, können auch nur einzelne Farben editieren. So, was ich jetzt sehr schön finde, ist, dass man diese LUTs weiterhin, und das konnte man früher nicht so einfach, eben editieren kann. Das heißt, man kann auch sagen, in dem Fall stört mich die Farbe dann doch. Ich gehe ein bisschen wieder runter. Ich mache es ein bisschen heller, ich mache es ein bisschen dunkler. Also, man kann sehr viel noch hinterher editieren. Das Problem, was ich darin einfach nur sehe, ist, dass es nicht wirklich gespeichert wird. Das heißt also, wenn ich hier irgendwie auf Sättigung minus 3, 5 mache, ich wähle mir einen anderen LUT aus, zum Beispiel den Vivid LUT, und ich gehe dann wieder zurück in das 1, 2, 3, dann ist wieder alles weg. Also, das ist wieder alles geresettet. Und das finde ich schade, weil, wenn man dann, das ist ja gerade der Sinne dieser LUTs, die LUTs sind kein Allheilmittel, und meistens stimmen sie auch nicht 100%. Sondern diese Funktion, die man jetzt hier hat, dieses, auf der rechten Seite sieht man es ja, da hat man jetzt Kontrast und Lichter und Tiefen und die Sättigung, und man kann auch noch so ein bisschen was mit dem Weißabgleich einstellen. Das ist so dieses Feintuning. Portrait, Fotografie, bestes Beispiel, ich bin eine sehr bleiche, schweinchenrosa Haut, und ich brauche einfach ein bisschen anderes Licht nochmal, eine andere Feintuning, als zum Beispiel jemand, der sehr braun gebrannt ist. Das heißt, diese LUTs, die passen nie 100%, und die will ich immer ein bisschen editieren, aber jetzt gehe ich irgendwie durch Stuttgart. Die Straßen machen ein Foto, ändere dann einmal kurz den LUT auf irgendwie was anderes, mache wieder ein Foto, und dann wieder gehe ich zurück auf den 1, 2, 3, und plötzlich sind meine allen Feintunings komplett weg. Das ist ein bisschen nervig, ich kann das Ganze umgehen, indem ich sozusagen über den Bildstil im Menü gehe, rotes Menü, Bildstilmenü, LUT 1, dort kann ich dann sagen, ich will den immer mit Kontrast fotografieren. Übrigens, die LUT-Deckkraft kann angepasst werden, was ich echt genial finde, weil das ist eine Sache, die hat viele Leute wirklich, wirklich gestört. Der LUT, der muss ja nicht immer 100% draufgeknallt werden, der kann auch einfach mal nur 50% oder nur 10% draufgeknallt werden. Also es ist einfach, die Sache selbst ist mega genial, aber die Umsetzung von Panasonic noch ein bisschen verbesserungsdürftig. In dem Moment, wo ich jetzt unten auf Display speichern klicke, kann ich jetzt das Ganze mir als My Photo Style eben anwenden. Ich kann ihn auch umbenennen, also ich könnte jetzt auch sagen, ich will den Titel bearbeiten und sage, der soll jetzt einfach, von mir aus, der soll jetzt einfach, wie komme ich jetzt auf, 1, 2, 1, 2, 3 heißen. Und dann habe ich jetzt den 1, 2, 3 so umbenannt. Also ich habe jetzt wirklich einen 1, 2, 3 Bildstil, der plus 3 Kontrast hatte. Aber auch da, wenn ich jetzt hingehe und ich ändere den auf zum Beispiel in der Situation auf minus 5 und ich gehe davon dann weg und zwar einmal so, dass ich wirklich auch fotografiere und ich will dann wieder zurück auf den My Photo Style 1 gehen, dann ist der wieder bei plus 3. Das heißt also, die Einstellungen werden im Style gespeichert, nicht im LUT. Wenn ich den LUT editiere, muss ich ihn zum Maisfotos... Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen aufwendig. Es sind die richtigen Schritte. Es ist jedem anderen System überlegen. Nur um das hier klarzustellen. Das hier ist, das ist die Königsdisziplin der Out-of-Cam-Fotografie. Damit kann man so viele Leute happy machen. Vor allem, wenn man nicht zu übertriebene Bildfilmsimulationen nutzt. Also wir haben ja ein LUT-Download-Paket, Boholicious, Desert Rose, Coffee Creamer. Also wir haben ja sehr viele Leute, die uns geschrieben haben, dass es mega coole Looks gibt und die kann man ja auch für sich selber noch korrigieren und verbessern. Die muss man jetzt auch nicht mehr 100% drüber brutzeln. Man kann die weniger drüber brutzeln. Aber dieses gesamte System mit dieser App und dieser Kamera, das ist so verbesserungswürdig, weil wenn ich jetzt zum Beispiel zurückgehe, dann ist die Kamera immer noch gerade mit Bluetooth verbunden. Sieht man hier. Und ich kann jetzt eine automatische Übertragung anmachen, aber die automatische Übertragung erfordert wieder was? Wer hätte es gedacht? Wifi. Verbinden. Das heißt, wenn ich jetzt die automatische Übertragung anhabe, dann verbindet er mir mit Wifi. Wenn es dann irgendwann geklappt hat, dann fragt er mich auch gleich, in welchen Einstellungen will ich es übertragen? Hier, richtig gut gemacht. Ich kann hier die Größen, Einstellungen, alles ändern. Dann lassen wir uns jetzt einfach mal dabei. Wenn ich jetzt ein Bild mache, zack, geht es sofort los. Das ist real. Das muss man, vielleicht glaubt man es auch gar nicht so richtig. Deswegen drehe ich es mal so um. Sieht man es, Tilo? Ja, so halb. Ach so, ND-Filter. Ja, okay. Aber man sieht, dass da was passiert. Es ist instant. Das ist wirklich, wirklich gut. Das Ding ist, was man jetzt aber auch sieht, wenn man genau hinguckt, sowohl das Fotoübertragen als auch die LUT-Übertragung sind deaktiviert. Klar, Fotoübertragung, ich kriege ja auch jedes Bild automatisch jetzt geschickt. Aber die LUT-Übertragung, warum kann ich jetzt die nicht anklicken? Also, um jetzt wieder ein LUT da draufzuladen, was muss ich da eigentlich machen? Wie kann ich jetzt? Ach so, ich muss die automatische Übertragung ausmachen. Dann geht er mir hier kurz, hat er einmal geflackert, jetzt ist das Wi-Fi auf. Ne, das Wi-Fi, jetzt, jetzt, jetzt ist das Wi-Fi aus. Jetzt erst. Und jetzt kann ich die LUTs übertragen. Aber wenn ich die jetzt übertragen möchte, dann macht er mir wieder neues Wi-Fi auf. Ah ja, klar. Und das System, das fragt, ob es wirklich verbinden soll. Leute, ich glaube, alle, die jetzt keine Lumix fotografieren und so lange zugehört haben und zugesehen haben, sagen, okay, lache ich ein bisschen innerlich, aber keine, ich glaube, alle Kameramarken kämpfen da gerade mit, mit irgendwie so Verbindungszeugs. Ich finde es schade, dass nicht alles über Bluetooth läuft. Eigentlich, eigentlich macht Nikon es gut vor. Acht Megapixel-Übertragung bei der neuen Snapbridge-App über Bluetooth im Hintergrund übertragen. Kamera bleibt an. Also hier habe ich schon einen halben Akku weggenudelt über allein dieses Video. Gut, wir haben es schon vorher ein bisschen im Augen probiert. Aber das Wi-Fi ist so schlauchend, energiezehrend. Und das ist auch einfach zu langsam, das immer wieder aufzubauen und nachzufragen. Die Sache muss über Bluetooth funktionieren. Die muss ohne Wi-Fi funktionieren. Klar, Wi-Fi brauche ich, wenn ich ein Live-Bild haben möchte. Wenn ich irgendwie eine Live-Steuerung haben möchte. Dann reicht das nicht über Bluetooth. Aber einfach nur ein blödes JPEG zur Kamera zu schicken, um dann einen LUT zu generieren und den LUT zurück zu schicken. Also der LUT, der kann ja nicht 20 Gigabyte groß sein. Also bitte, LUTs sind bei uns, wenn wir die haben, Thilo, wie groß sind die LUTs? 100 Kilobyte? Die kann man mit einer Brieftaube da hinschicken. Also das verstehe ich nicht. Die Sache ist, um das nochmal zusammenzufassen. Genial. Ich liebe die Möglichkeiten, die es jetzt hat, so viele verschiedene Looks reinzumachen. Ich hätte es jetzt gerade gerne zeigen wollen, aber es ist ja verbunden. Da muss ich erst wieder aus der LUT-Sache raus. Wenn man hier auf diese LUT-Bibliothek mal geht und den Bildstil mal sich anguckt. Moment. Dann hat man hier, das ist hier drin in Einstellungen, oben bei Bildstil, da hat es die LUT-Bibliothek. Und jetzt hat man wirklich richtig Platz, LUTs zu speichern. Also es ist richtig geil gemacht. Man kann auch so frei die LUTs jetzt anpassen. Das heißt also, die LUTs haben selber nochmal ganz viele Untermöglichkeiten bekommen. Das können wir hier testen, auch nochmal kurz zeigen, Bildstil. Man kann Kontraste, Lichtertiefen, Sättigung, Farbtöne, Filmkorneffekt machen. Und man kann sogar zweimal LUTs drüberlegen. Einmal 10, einmal 30 Prozent. Das heißt, man kann so genial seinen eigenen Style an die Kamera bringen, wie bei keiner anderen Marke dieser Welt aktuell. Aber das mit der App, das ist Humbug. Das macht keinen Spaß. Ich will die Bilder automatisch übertragen haben, ohne dass ich irgendwas mache an einem Handy. So wie bei Nikon. Es tut mir leid, es tut mir leid, aber damit treffe ich ja jetzt gerade fünf Marken und eine nicht, also Nikon nicht. Aber das ist einfach State-of-the-Art. Eine App, die im Hintergrund läuft und Bilder überträgt. Obwohl ich nicht mal das Handy anfasse. Das ist der Punkt, das ist das Level. Das ist einfach, so soll sein. Das hier mit Wi-Fi ist nur nervig. Das ist einfach, so soll man es nachdem. �